Es gibt wieder etwas für Sammler und glaubt mir, es wird groß. Also jeder von euch weiß ja, dass ich die Götterkarten sehr gerne mag und vor allen Dingen einen Gott besonders gerne mag. Na, weißt du welcher Gott? Ja, richtig. Natürlich, Slyther, der Himmelsdauer ist mein absoluter Lieblingsgott und ja, aus meiner Sicht der beste Gott. Doch es ist komplett egal, ob du Slyther, Ra oder Überlist, lieber Max, denn jetzt gibt es etwas Neues. Und zwar die Götterkarten in Edelstahl. Aber was meine ich damit? Ab sofort gibt es die drei ägyptischen Götterkarten, nämlich als Dealcard zu kaufen. Jedoch nicht einfach nur so lose, sondern nein, das Ganze ist auch schön in einen Rahmen verpackt und sieht wirklich schick aus. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, wie das Ganze aussieht. Und ich zeige euch das Ganze mal, so sieht das Ganze aus. Und ja, es sind nicht die originalen Artworks, nein, es sind drei neue Artworks. Und die sehen ziemlich nice aus, muss ich sagen. Gerade Ra sieht einfach mega aus, eine 10 von 10, gerade eben wegen des Kartentextes. Und genau diese drei Götterkarten könnt ihr eben jetzt vorbestellen und sie werden dann eben zum Anfang 2024 verschickt und kommen dann bei euch an. Wichtig zu erwähnen ist, dass ihr nur drei Stück kaufen könnt, also mehr als drei geht einfach nicht. Doch warum ist das relevant, wie viele man bestellen kann? Naja, es gibt eine ganz, 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 das habe ich schon ganz, große Sache noch zusätzlich zu sagen. Denn unter allen Käufern wird etwas verlost. Und zwar etwas ganz Besonderes. Habe ich schon ganz gesagt? Ja, okay, ich höre jetzt damit auf. Doch jetzt fragt man sich natürlich, was kann man denn gewinnen? Naja, um genau zu sein, das hier. Ja, Leute, es ist einfach der schwarz glänzende Nadat als normales Monster. Einer der allerersten Karten, die einfach, ja, mega aussieht. Also ich finde sie mega krass und finde sie mega nice. Ich hätte niemals gedacht, dass man eben sowas überhaupt gewinnen kann, beziehungsweise sowas geben wird. Und unter allen Verkäufern wird eben diese Karte verlost. Aber es gibt noch eine wichtige Sache anzumerken. Denn von dieser Kopie gibt es nicht einfach unendlich viele. Nein, nein, nein. Denn diese Karte gibt es nur tausendmal. Bedeutet also, nicht jeder kann so eine Karte bekommen. Und das macht sie eben zu einem extrem großen Sammelstück. Und natürlich auch heiß begehrt für Sammler. Ich muss einfach sagen, dass es etwas riesengroßes ist für Sammler. Wenn nicht die Götterkarten, dann auf jeden Fall der schwarz glänzende Soldat als normales Monster. Was man niemals gedacht hätte, dass man es überhaupt gewinnen kann. Beziehungsweise, dass die Karte nochmal zurückkommt. Und jetzt kommt es ihm zurück. Und es gibt, wie gesagt, nur tausend Stück. Bedeutet also, sie sind wirklich selten. Also, falls ihr jetzt die ägyptischen Götterkarten kaufen wollt, könnt ihr das Ganze jetzt tun. Link ist unten in der Videobeschreibung. Da habe ich das Ganze verlinkt. Und dann kann man eben die ägyptischen Götterkarten kaufen. Und mit Glück gewinnst ja vielleicht du einen schwarz glänzende Soldat als normales Monster. Ich würde es auf jeden Fall dir gönnen. Natürlich gönne ich es jenen. Aber wie gesagt, das Ganze ist eben leider limitiert. So Leute, ich wünsche jetzt aber euch einen wunderschönen Tag und wie immer viel Spaß beim Duellieren.